Du meinst Trabi Ne wobei du bist noch hinterm Berg Achso dann siehst du noch ein anderes Quad Auf der Seite der des Bergs ist halt noch ein Quad und ein Auto Ich glaub sogar noch ein Quad Leute ich hab zwei Quads im Bild Der Server ist einfach nicht geil So jetzt bin ich mal gespannt wo du gefunden hast wo wir bauen können Oh oh Hase Oh ich hab den Hase glaube ich fast super fahren Ah ich seh schon Menschen ohne Freunde 2 Was 2 Und hier kann man bauen Also direkt auch in der Basis drin Warte mal kurz Warte mal hä Moment Wo hast du die Pole gesetzt Als ich da oben war kam plötzlich die Meldung Dass es hier unser Gebiet ist Also das ist offenes Feld 500 Meter weit ist der Radius Weil das glaube ich auch soweit erweitern kann Ne nicht ganz 500 Meter Aber das ist halt so Territory markiert 500 Meter Radius Ja hier Ich hab dein Quad gefunden glaube ich Unser Quad mit Pin-Code Ja da ist ein weiter rechts steht noch eins Aber eigentlich steht er Achso ne das rotiert Manchmal rotieren die Items Ne das ist unser glaube ich oder Was ne das bauen da immer Direkt bei uns oben Deins steht hier Deins steht noch in der Base In der Alpen Müssen wir halt mal holen fahren Ja Moment Wo bauen wir eigentlich Hier Komm mal her Da hinten Und krieg hier vorne die Meldung schon 500 Meter Ne gar nicht Doch 400 irgendwas Krass krass Chancel Sogar schön am Wasser Kann man sich nnnnnnnn MIST Neeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Ich schaff es noch Ich hab kein Sprit mehr Moment Ich schaffe es noch ok kann spurt fast mit den letzten tropfen ernsthaft eigentlich betteln die sich die npcs und die zombies weil da hinten kommt gerade ein zombie angerannt und hier steht unsere gate watch ja bist du die der weiß was passiert wenn man hier rein fällt wo rein fällt ja ich weiß ist so lustig muss mal aufpassen ja die erste plattform hat nur zu testzwecken erst mal gebaut so ob die items da bleiben wo sie bleiben sollen und ob das alles so funktioniert aber ja fangen an zu schießen oder nicht immer die lassen sich manchmal auch einfach nur fressen los kameraden er schießt sie macht sie nieder ach so wahrscheinlich wenn sie out of money sind dann werden sie einfach nur gefressen und schreien sich ein ast ab es war eine trap geile sache geilste sache er war ja nur blöd ist dass der looter nicht missbohnt aber passt schon drauf geschissen hier sind nur zwei sports in der der aussichtsposten und der bunker der dings da container da nachher flagge ja steht hier an der ecke halt weil radios nur 15 meter müssen wir mal erweitern wollte ich habe schon über 10.000 credits erfahren und dann steht da 10.000 respekt die ich zahlen muss na toll sind jetzt gerade mal bei sechs oder sieben da bin ich 5000 mehr ist 6 ja und auf festem grund gestellt was peteria ja falsche aus versehen aber auch der peteria ist auch in ordnung da kommt was ach das ist sam ok was ist denn hier passiert das wasser hoch gespritzt als der granate hochgegangen bei mir spritzt auch gleich was hab dich eingeladen explodiert die ganze zeit was echt wie kommt so vor bei mir die mpcs laufen los da kommt eine zombie horde eine richtig fette direkt auf uns die autos angreifen hoffe ich das wird lustig die kommen direkt auf uns zu siehst du die ja nimmst du auf öh ja lass dich mal gucken ob die mpcs das hinkriegen das war ja mal hammer die sind unfähig grad wenn die unfähig sind lassen wir die fressen dann können wir die looten können wir noch verkaufen außer dlc content spinne ich hasse diese spinnenzombies wie geil ist das denn das spart uns die munition finde ich geil macht sie fertig wie die runden wie die alle nieder gehen nice lass mir was übrig das war das war alles ja da ist ein spider noch loot time na ja pass auf nicht dass da noch zombies angerannt kommen und den zwischen den kugeln stehst ja da kommt noch einer angekrabbelt kommt gleich über den berg also müssen wir uns noch einen turm hinstellen wir stehen uns hier noch irgendwie ein turm an die straße oben so dass wir uns noch einstellen können und die range ein bisschen ach nein bessere die hatte ich eigentlich auch schon im gedanken gehören deine pole oder sam ich könnte mir auch noch eine zweite holen man kann sich mehrere poles holen und verwalten wird man doch hier oben rechts in dem schuppen auf jeden fall noch mit pole setzen und daraus ein turm bauen und ist drin ist gar kein loch im dach betrug das ist ein loch im dach aber nur von außen hier geht vollen npc ab in unserer base läuft einfach nur die ganze zeit gegen das auto vielleicht hat sich ein zombie im auto versteckt oder der hat angst und er will schnell weg ja jetzt wird auch so komisch krass viel munition haben die dabei vor allen dingen hunderter schussmagazine oh ich habe im military gestern gefarmt wo wir kurz drin waren und der andere typ auch gefarmt hatte ich habe seine route versucht nachzuvollziehen und da sind unmengen von zombies gespawnt mindestens eine horde dabei und der loot aus den ganzen military end zombies eben halt auch geil soviel insta docs ducktapes und was ich da noch nicht ne ducktapes hatte ich woanders ja was hab ich da noch gefarmt ducktapes gibt es da richtig viele drinnen ja ne die hab ich ne 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 die hab ich woanders gefarmt komm das nicht irgendwas war noch geil gespawnt komm das nicht irgendwas war noch geil gespawnt komm das nicht irgendwas war noch geil gespawnt ähm vielleicht ausrüstung ja das sowieso westen über westen aber ich habe gesehen die westen die westen die man hier looten kann die bringen fast kein geld und verbrauchen richtig viel platz im inventar Autos bringen immer noch am meisten wenn ich geld brauchte habe ich einfach mal eine runde um den flughafen gedreht da stehen so viele quarts und alles andere rum kannst halt alle am stück verticken hast du schnell mal 10k zusammen